Scheingranit? Ja, das gibt es. Das sieht aus wie fester Granit, aber das bröselt dann einfach so weg. Also das ist ganz brüchiger, ganz spröder Stein. Taraus braucht man Häuser, richtig. Genau. Um Leute zu verarschen. Genau. Ich glaube, das ist Schiefer. Schiefer ist doch gar nicht so stabil. Das stimmt. Also ich hab's mal in einem Buch gelesen, das war ein Fantasy-Buch, deswegen weiß ich nicht, ob sie das einfach übernommen haben mit einem anderen Namen. Wing Attack. Ist das Flügelschlag? Ja. Das bringe ich ihm doch gleich bei. Ja, das ist sogar eine Step-Attacke. Super, macht 60, 100 Schm. Besser als 4-Swipe. Holger-Fokus-Energie. Fokus-Energie, oder? So. Ne, Fokus-Energie. Oh, ein Zu-Bad. Weihel-Fokus-Energie. 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 Ich meine, manches Livestreamer auf Twitch haben schon so ein System, dass sie Leute, die halt alle 10 Minuten zuschauen, kriegen immer einen Internetpunkt. Cool. Und sonst gibt's Joy-Energie-Punkte. Ja, super. Jetzt müssen wir noch Stream anfangen. Okay, geht los, ja. Jasmine, this Pokémon always kept the ceiling lit at night, but it suddenly got sick, it's gasping for air. Ja, ich verstehe, dass es eine wunderbare Pharmacier in Cyanwood gibt, aber das ist über dem Meer und ich kann nicht, dass Amphi unattestellt ist. Und jetzt sagt sie, ja, schön, wenn du dich allein sagst, frag mich doch einfach nicht hin. Vielleicht wenn du noch mal mit dir redest. Okay. Okay. May I ask you to get some medicine from here, please? Okay. Siehst du, selbst fragt. Ja, aber es ist auf Ansprache, das geht doch nicht. Stell dir mal vor, dann guckst du sie einfach so richtig so... Mhh. Dann guckst du dir erstmal so an, so. Oh, ach ja, kannst du mir das bitte mitbringen? Bist du immer noch hier? Groß Kuschkusch. Auf Sklave. und zum dank darfst du gegen mich kämpfen und zum dank dass du von meinem stahl aus vergewaltigt werden ich habe feuertypen habe feuertypen heilung wir alle brauchen ein und da war kaxler ich bin drüben und surfer eine kaxler spur wo drüben rechts neben der stadt ja ich weiß was kommt dafür schenken zu lieben zudem oder das ist das ist ein dummer name sagt nicht dass das ein echter name ist toll könnten mir vorstellen dass das ein ausländischer es gibt bestimmt viele namen wenn ich kenne ich habe jetzt den turm fertig da kann ich jetzt wieder zu fahren haus to die game of thrones wiki okay Du hast die Arena jetzt ja noch nicht gemacht und ich auch nicht. Wollen wir die jetzt zusammen gleich anfangen? Ja, können wir machen. Dann hast du aber schon den Weg da durchgemacht, ne? Ja, aber das sind nicht viele Trainer. Wenn du einfach einen Schutz benutzt, kannst du einfach durchrennen. Okay. So, Tully ist Name folgender Orte. Gemeinde in der französischen Region Picardie. Ort im US-Bundesstaat New York. Familiennamen. Dort in der australischen Region Queen's Land. Familienname der folgenden Person. Gibt es damit als Nachname? Ja. Okay. So, ich bin bei der Arena. Chat ruf mich an. Chat möchte chatten. Oh, er redet über Blau. Oh, aber auch nicht mehr als das... So, YoChamp in the... YoChamp in the Making. Der Trainer... Er hat auch einen Ghost-Type-Pokémon benutzt. Ein Ghost ist wie ein Shade oder ein Phantom. Es wird nicht so gut, wenn man physische Kraft alleine benutzt. Also, ich speichere hier jetzt mal. Ja. Das ist ein guter Moment zu speichern. Gut, dann habe ich noch mal eine Pokémon und speichere ich auch. Ach ja. Guter Plan. So, also... Janba wird schon mal überhaupt nicht benutzt sein in der Arena. Weil er kann nur noch mal Attacken. Mhm. Sehr schön. Ja, ich bin soweit. Ich werde wahrscheinlich größtenteils mit Smogon kämpfen. Okay. Das kann eine Unlicht-Attacke. Wunderbar. Was ist die Fähigkeit von Tauchers? Ach ja, die Fähigkeit ist aber... Blower... Ach so, Intimidator. Okay. Bedroher. Bedroher. Verringert den Angriff des Gegners um eine Stufe. Ja, das stimmt ja. So. Saved. Du savest davor, okay. Ich habe drinnen gesaved. Diesmal sagt er mir keinen richtigen Tipp. Also keinen Typ, den ich benutzen sollte gegen Geister. Interessant. Er sagt nur, dass man keine physischen Attacken benutzen sollte. Er meint normale Attacken. Ja. Oder Kampfattacken. Oh, dunkel. Gut. Geister-Oma! Kannst du irgendwelche Damage an unsere Pokémon? Jaaaa? Das Bild! Georgina. Medium. Die mag ich. Oh Gott, so eine alte verrückte Oma, die Kerzen verbrennt. Find ich gut. Das sah eigentlich wie ein Bettlaken aus. Ja. Konfusion! Hey, Berg! Konfusion! Hey, Berg! Ich bin, glaube ich, ganz gut in der Arena. Ja, ich auch. Und 25. Egal, ich zieh durch. Dann wird das halt mein Stärkstes jetzt. Gästli. Nein, ich möchte... Gästli. Gästli. Oh, das wird wenigstens... Ey, Vorsicht! Bin grad mal ausgewichen, du Arsch! Ja, muss doppelt ihm öfters mal benutzen. Na, dann solltest du mit dem Stuhl nicht zurückrücken. Vorsicht! Ich hab bloß den Kabel gerade rausgezogen, oder? Oder? Hörst du noch? Ich hör noch was. Ah, dann ich auch. Ne, das Klang ist so, als ob das rausgezogen ist. Wahrscheinlich ist irgendwas explodiert. Dein Kabel ist im Weg. Au, au, au. What? Ach, cursed. Ich hab mich gecursed. Ja, das ist schlecht. Ich möchte gerne switchen. Ja, switch doch. Bei mir haben sie gar keine Chance für Flug, weil die einfach gleich sterben. Sondern erster oder zweiter? Zweiter, weil es Moron lang dran ist. Mhm. Ich bin beim fünften. Vierten. Ach so. Bei wie viel ich bin, meinst du? Ja. Äh, sie hat noch drei Stück. Mhm. Ich meine, hier hat sie jetzt noch einen. Ich muss das mal sagen, weil ich mich freue, dass ich jetzt mal schnell vorankomme. Und vielleicht zu dir schneller. Ja. Das freut mich sehr. All of them with one attack. So, und die Nummer 5. Bye bye, Gastly. Nichts gegen meins. No offense. Immer noch keine Ofen. Nein. Die armen Öfen. We are out of of ofens. Ofens. What the fuck? Ach du scheiße, die mach... What? Was? Die machen die Lichter hier aus, wenn... Ach so, wenn ich von der Platte falle dann. Ja. Dann fliegst du zurück. Das ist ja cool. Früher war der ganze Weg einfach unsichtbar. Oh, fies. Es wird nur zwei. Ein Haunter. Das will ich auch haben. Es hauntert dich. Das finde ich cool. Das sieht voll cool aus. Ja. So ein richtiger Geist. Oh ne, bitte nicht. Scheiße, das ist so schnell. Und warum ist das auf 20 schon Alpollo? Ja, auf ein Alpollo. Nein, nicht. Bitte nicht, bitte nicht. Ach. Du hast aber auch echt Pech. Ja. Nein. Egal, wie es war. Du siehst, deswegen. Der stirbt davon. Der stirbt davon. Ich darf nicht tauschen. Oh, ne, das ist schlecht, wenn er jetzt fluggenutzt. Ne, wenn er stirbt, ist auch egal. Ja. Out of confusion. Ich bin out of control. Au, au. Boom. Wer ist tot, Jim? 26. Noch ein Haunter. Du bist wieder so schnell. Was soll das denn? Tja. Du solltest nicht so schnell sein. Ich habe mich gefreut, jetzt mal schneller zu sein als du und dann ziehst du wieder nach. Was ist los mit dir? Was ist dein Problem? Junge. Ich ziehe gleich mein T-Shirt aus. Ihhh, bitte nicht. Okay, hätte ich nicht gemacht. Oh, schöner Sound. Klingt gut. 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 Sagen wir mal, sie haben neun neue Nachrichten. Verdammt. Twitter? So, wenn ich mich jetzt nicht mehr selbst haue. Ja, ich bin raus aus der Konfusierung. Ich nicht. Das ist echt Glück, wer schneller voran... Okay, er hat sich einfach selbst getötet. Auch gut. Sehr gut. 540. Oh Gott. Oh Gott, das ist ein bisschen doof mit Dauerhaft vor U-Drehthafen. Oh fuck, jetzt... Achso, gut, jetzt sieht man es noch. Okay, das kann ich mir merken. Einen runter, zwei nach rechts... ...einen links, einen hoch, zwei nach links und dann wieder hoch. Quasi einen Schritt zwischen dir und ihr Platz lassen. Ja. Confusion! Oh, der Saugeabwunsch! Der kann sogar Punch. Das ist Payback. Ja. Und ich bin schon wieder confused. Payback hat so ein bisschen heftige Base-Power. Alter, was soll denn das? Hör auf damit! Alter! Das ist schon wieder... Und es verletzt sich selbst. Bitte fall runter. Mann! Hey, kann man ja gar nicht dran vorbei. Ach doch, kann man! Oh Gott! Nach hinten wieder gehen! Ja, das ist ja fies. Fiese Martha! Eine wirkliche Martha... Eine wirkliche Martha... ...die wir durchleben müssen. Blablablabla... Blablabla... 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 Obwohl, Geastley! Oh Gott, mach mal Haunter! Oh Gott, mach mal Haunter! Oh... Nein, ich hab mal Abroa benutzt! Und Gott, nochmal Curse! Oh Gott, Curse! Hehehe. aber ich habe ja lust und dass sie gut röste die wir einfach muss nicht auf posten jahre 22 hoffentlich überlebe ich das jetzt cool noch ein gast durch scheiße jetzt ist die kombination richtig scheiße los pulle ich war fluch jetzt noch drauf ja war noch drauf ja natürlich was groß zept schon aus zept schon ich versuche dann bin ein zurecht dann egal kann ich mich heil gehen auch komm schon nicht fluchen fluchen ist böse genau und fluchen werden wird das böse monster geweckt hier bei south park das flugwort das stimmt was war das mal für ein monster so riesiger trache des todes auf doom oder wie ein kabel hängt unter deiner hand fest oder es hängt unter meinen stapel lernmaterialien fest habe ich jetzt benutzt du längst mich ab du arsch muss mogelbaum benutzt ja nee er hat strength danke arsch penis kacke ich kann nur rockthrow das klingt ziemlich eklig was du da von mir gibst ach ja aber gut hey das hat gut funktioniert so mal gucken ob ich diesmal richtig durchkomme 21 auch verfahren perfekt switch reloaded benutzt her wie das eine undicht attacke das macht sinn don't run oh wenn du einmal rein und raus gehst dann steht sie wieder weg und dann kriegst du einfach hoch rennen das ist ja einfach na gut ich bin jetzt bei bei hughi oder wie auch immer er heißt ich habe es hoffentlich auch gleich geschafft ich will mich trotzdem einmal heim gehen würdest du ja mhm war die letzte ne mhm ich mache es einfach unkompliziert du hast es wieder mal geschafft vor mir da zu sagen Mutter ruft an. Mutter, oh nein. Butter ruft an. Butter. Butterfinger. No offense. Keine Offense.